Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich spiele heute mal wieder Quickswivel Games auf den GOMMAHDA.NET Server. Das kam jetzt schon lange nicht mehr, weil, keine Ahnung, ich bin nicht so ein Fan von Quickswivel Games, aber irgendwie habe ich gerade irgendwie mehr Lust auf sowas. Also nicht auf Endergames oder Skywars oder so, sondern auch nicht hier auf sowas, was ich hier spiele, weil ich finde es langweilig immer nur hier so Endergames oder Skywars zu spielen, weil ich eigentlich nur spiele. Und jetzt habe ich mal Lust hier das hier zu spielen und ja, da ist der nächste Kill und da, wenn ich mich gut anstelle, ist das auch der nächste Kill. Ja, gut, das war auch der nächste. Ähm, oh ne, ich muss mal kurz hier TNT platzieren. So, ich bin auch viel besser mit dem Bogen geworden, ist mir aufgefallen. Ich weiß nicht warum, aber ich bin besser geworden. Okay. Oh nein, von hinten. Oh nein. Nein, der gibt ihm gute Hitsen, schade. So, da bin ich wieder bei der nächsten Runde. Auch dann der Braid und die sind nur 30 Spieler darin. Keine Ahnung, was mit Gomm in letzter Zeit los ist. Da sind so wenig Leute, also da kommen immer richtig wenig Leute in eine Runde rein. Ich weiß nicht warum, aber es ist besser so. Aber dann werde ich nicht sofort am Anfang abgestorben von jedem. Ähm, hier ist eine Kiste. Oh Gott. Hier ist eine Waffe. Und das kann ich anziehen. Irgendwie finde ich nie einen Helm. Das war lustig, dass ich nie einen Helm habe. Und den möchte ich mal gerne bekommen. Los. Jani Rex. Gut, da ist der tot. Oh nein, 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 oh nein. Ich dachte, ich kann keinen TNT platzieren. Obwohl wieder in die Luft geflogen ist. Yes, der ist auch tot. Okay, da habe ich zwar ein bisschen doof abgestaubt, aber man kann ja nicht jede Runde ohne Abstauben machen. Ähm. So, hier ist leider nichts drin. Dann ist hier auch nichts. Oh, was hier ist was drin? Hä? Okay, ich habe einen Eisenschwert. Bogen habe ich auch. Und ich habe den gerade nur durch das TNT bekommen. Ich dachte, der rennt da nicht rein und dann auf einmal fliegt er 5 Kilometer in die Luft. Naja. Bogen-Skills. Oh Gott. Bogen-Skills sind nicht vorhanden. Oh oh. Der hat eine Diabost. So. Den habe ich. Oh Gott, da kommen jetzt 80 Leute. Toll, ich treffe den nicht, obwohl der einen Meter vorne war. So. So. Bykan. Den möchte ich gerne bekommen. Nein, nein, nein. Danke. Yay, ich habe gewonnen. Yay. Okay, gut. Ähm. Das war es jetzt mit der Runde. Und wir sehen uns dann in der nächsten Runde. Bis gleich. Oh Mann, ich bin so dumm. Ich habe aus Versehen vergessen, weiter zu kommentieren. Da bin ich wieder bei der nächsten Runde. Und den bei Gino will ich bekommen. War echt ein bisschen dumm von mir, nicht weiter zu sagen. Weil ich aus Versehen vergessen habe. Und den will ich gerne bekommen. Gut. Ähm. Gut, ich habe eigentlich ziemlich gute Rüstung. Muss ich sagen. Full Iron, das ist eigentlich nicht schlecht. Und jetzt noch ein Stein schütten. Bin ich eigentlich wieder ganz gut dabei. Kann man die abbauen? Ne, leider nicht. Schade. So, den möchte ich gerne bekommen. Den löst Green Mix oder so. So. Und. Ich habe einen Tipp für euch. Wenn Eider einfach so auf Kana-Kiste steht. Also gerade Kiste lootet. Dann müsst ihr am besten die ganze Zeit springen. Weil dann macht ihr mehr Schaden. Ich weiß nicht, ob das schon viele so gemacht haben. Also das schon so gesagt haben. Aber man kann es ja nochmal sagen. Falls es halt noch irgendeiner nicht weiß. So. Und den Fehler, den ich immer mache. Der ist halt, dass ich immer mitten im Kampf springe. Und man darf halt nicht mitten im Kampf springen. Weil sonst hat man eigentlich sofort verloren. Oh Mann. Nein. Kann nicht mal bessere Bodenskills kriegen. Ich laufe jetzt hierher. Weil der bestimmt nicht da herläuft. Ähm. Okay. Ja. Nein. Den müsste ich doch bekarten. Nein. Mann. Meine Bodenskills sind so schlecht. Oh Mist. Okay gut. Jetzt bin ich im Deathmatch. Mit 5 Kills. Die Runde könnte was werden. Oh Mann. 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 Ich kann halt mit dem Bogen nichts. Und dann kann ich halt auch nicht mit dem Bogen drauf schießen, weil die mich dann noch öfter treffen. Ja genau. GG Hacker. Hä? Warum hack ich denn jetzt? Der doch gegen mich gewonnen. Na ja egal. Ich hoffe euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr auch ein Daimchen nach oben da lassen. Das würde mich wie immer sehr freuen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und Tschüssi. 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 Untertitelung des ZDF, 2020